Musik Eindrucksvoller und individueller können Sie Torten nicht dekorieren als mit essbaren Tortenfotos von Hobbybäcker. Ein schönes Bild und ein passender Text macht jede Torte zum sehenswerten Unikat. Die Fotos werden auf einer Trägerfolie geliefert. Mit einem Cutter oder einer Schere schneiden Sie sie einfach in die gewünschte Form. Erst danach lösen Sie die Fotos von der Folie. Aber Achtung, nicht zupfen, sonst reißt das Bild. Sobald das Foto von der Folie gelöst ist, sollten Sie es direkt auf die Torte legen, damit es nicht austrocknet oder sich verformt. Klebt das Foto an der Folie, föhnen Sie die Bild-Oberseite einige Sekunden lang an. Alternativ legen Sie es für ca. eine halbe Stunde bei 30 Grad in den Ofen. Lassen Sie die Tür einen Spalt offen. Ist das Foto trocken, löst es sich fast von selbst von der Folie. Sollte das Foto hart geworden sein, legen Sie es offen für zwei Tage in den Kühlschrank. Für Tortenfotos sind trockene Unterlagen wie Dekormasse oder Rollschokolade ideal. Wenn Sie Fotos auf Sahne und Buttercreme legen wollen, bestreichen Sie die Bild-Unterseite mit flüssiger Kakaobutter. Besonders schön wird Ihre Torte, wenn Sie die Fotos mit einer Perlkante verzieren. So einfach veredeln Sie Ihre Torten mit Tortenfotos von Hobbybäcker. Immer wieder ein echter Hingucker. Probieren Sie es aus.